Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von The Evil Within. So um die beiden Scharfschützen. Einer steht da. Und der andere steht da. Sehr schön. Ok. Die beiden haben wir schon mal ausgeschaltet. Komm, ey. Die Karossalmusik macht mich langsam, weil ich ein bisschen kirre. Bin froh, wenn ich hier gleich raus bin aus diesen Räumlichkeiten. Und dann kommt der drückende Malzahn. UNTERTITELUNG Schauen wir mal, dass man das hier drin ist. Schauen wir mal, dass man das hier drin ist. Da vorne kommt auch noch der nächste. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich verliere es nicht auf den Kopf. Ich verliere es nicht auf den Kopf. Hier haben wir auch noch eine Bombe. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Dankeschön. Da sind wir auch schon ab den nächsten Gegner. Okay. 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 Eigentlich ist es gar nicht mehr so schlecht. Na komm. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein, das geht gar nicht. Das ist nicht gut. Shit. Okay. So geht's auch. Gut gelaufen. Ist jetzt hier noch irgendeiner? Ich würde sagen, der, der da liegt. Zeit mal einen Kopfschuss geben. Okay. Na komm. Okay. 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 Hier ist die Batterie. Bitte schön. Die Axt nehme ich natürlich mit. Hier war ja nichts mehr. Jetzt muss ich den Kopf verlieren. Die Suppe lasse ich mal hier liegen, wenn man definitiv aufsteht, wenn man sowas hier aufnimmt. Das muss ja jetzt nicht sein. So, das Karussell liegt hinter uns. Das freut mich. Okay. Klang nicht so gut. Hier haben wir noch einen ordentlichen Gottig Gehirngrütze. Den nehmen wir natürlich mit. Ein bisschen Munition für den Revolver und das Kartenfragment Nummer 18. Dankeschön. Okay. Am letzten. Haben wir hier, glaube ich, echt alles, was man dem kann mitgenommen. Gut. Oh Mann. Dann geht's mal wieder abwärts. Was zur... Jetzt wollte ich eigentlich mal so schnell hier runterklaxeln, dass ich gucke, dass ich den Typen noch irgendwie verfolgen kann. Aber... Das hat nicht sollen sein. Okay. Was brauche ich denn da? Mal kurz gucken. Nö. Äh. Ja. Sehr schön. So. Da sind wir auch full auf-minitioniert. Ist das fies mit den Tüchern hier oben. Jetzt hat es so ein bisschen das Gefühl, hier ist noch irgendwie irgendjemand die Geräuschkulisse halten. Echt gemein. Ok. Kontrollpunkte haben wir schon mal erreicht. Nr. 1 und Nr. 2. Hier ist noch ein bisschen Munition. Ok. Ist der Dieselgenerator, den wir anwerfen müssen? Und natürlich... Genau. Der Hebel, den wir nicht umgelegt bekommen. Gut. Das schaffen wir aber. Sobald ich den Dieselgenerator angeschmissen habe, müsste das ja funktionieren. So. Hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht weiter. Sieh an, sieh an. Das ist doch garantiert wieder hier eine nette Falle. Machen wir lieber mal... ...auf numero sicher. Hopp, 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 hopp. Ok. Raus hier. Jawoll. Okidoki. So. Dann schauen wir mal, was hier ist.